Nassim Buschel-Apport 0-2 verloren, nach einer katastrophalen, wie ich gesagt habe, in der Radioportage der ersten Halbzeit. Zwar in der Halbzeit wurde es dann etwas besser, aber nicht gut genug. Warum? Ja, das habe ich schon gerade schon bei Magenta gesagt. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit so weit, wie wir gegen Preußen aufgehört haben. Und das hat uns anders vorgestellt. Gott sei Dank haben wir es in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht. Trotzdem müssen wir viel effektiver sein. Das kann nicht sein, dass wir so viele Chancen brauchen und leider die Tore nicht machen. Aber das ist dann halt so, wenn der dritte zu dir kommt, funktioniert bei dem halt vieles mehr als bei uns jetzt zurzeit. Und deswegen müssen wir einfach weitermachen und unsere Chancen dann besser nutzen, weil so werden wir dann kein Spiel gewinnen. Arminia war eigentlich auf einem ganz guten Weg vor der Winterpause. Jetzt diese beiden Rückschläge, erfahrener Spieler, auch wie Nassim Buschel-Apport. Wie kann man das erklären, dass durch so einen Cut in der Winterpause? Ja, schwierig zu erklären. Wir hatten alle ein super Gefühl und das Gefühl wurde uns einfach jetzt fürs Erste genommen. Aber trotzdem müssen wir zusammenhalten und ich glaube an uns. Und ich weiß ganz genau, dass wir nur einen Wendepunkt brauchen und das sollten wir uns gegen Regensburg vornehmen. Es ist ja so, die Situation ist noch nicht dramatisch, aber sie spitzt sich langsam zu, weil unten wird gepunktet, man muss nach hinten gucken in den Rückspiegel. Was ist jetzt wichtig, dass es nicht dramatisch wird? Spiel für Spiel gucken. Ich glaube, man darf nicht zu weit hinausschauen. Man muss jetzt Spiel für Spiel schauen und Schritte, ja, kleine Schritte machen und die Spiele, die man vor sich hat, versuchen zu punkten, weil das ist gerade das Wichtigste, wir müssen punkten, punkten, punkten. Okay, danke, dass ihr Muschel habt. Danke auch.